Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Eine der Eigenschaften Gottes, die ich am meisten liebe, die mir am wichtigsten ist, ist die Treue Gottes. Dass Jesus Christus zu 100% treu bleibt, uns niemals verlässt, komm nur was wolle. Und die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 13 Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und die Treue Gottes ist einer der Gründe, warum wir unser Heil niemals verlieren können, warum wir unsere Errettung niemals verlieren können, komme was wolle, weil unsere Errettung eben von Gottes Treue abhängig ist. Unsere Rettung ist nicht von unserer Treue abhängig und deswegen liebe ich die Treue Gottes so sehr, weil ich eben dadurch Sicherheit habe. Meine Errettung ist nicht davon abhängig, dass ich treu bleibe, dass ich treu Jesus Christus nachfolge, dass ich ein treuer Diener bin. Nein, sondern meine Errettung ist von Jesu Treue abhängig. Er war seinem Vater zu 100% treu. Er hat alles erfüllt. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und er bleibt derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und wenn jemand Heilsicherheit ablehnt, einmal gerettet, immer gerettet, die ewige Sicherheit des Gläubigen, dann bezichtigt er Gott im Grunde genommen, untreu zu sein. Obwohl die Bibel eindeutig sagt, dass Gott treu ist, dass Jesus Christus derselbe bleibt. Gott ist ein Gott, der seine Entscheidungen nicht ändert. Gott. Er hat entschieden, uns ewiges Leben zu geben, wenn wir an ihn glauben. Und das ist ewig. Ja, es hört niemals auf. Gott ist nicht untreu. Er wird seine Entscheidungen nicht ändern, sondern er bleibt standhaft. Er steht zu seinen Entscheidungen. Und so sollten natürlich auch wir als Christen sein. Gott sei Dank ist unsere Errettung nicht von unserer Treue abhängig, sondern von Gottes Treue. Er ändert seine Entscheidungen nicht. Er steht zu uns. Er bleibt treu, trotz unserer Sünden. Wenn unsere Errettung von unserer Treue abhängig wäre, dann würde ich tatsächlich jeden Tag meine Errettung verlieren, weil ich niemals zu 100% Gott treu bin, sondern jeden Tag wandeln wir ein bisschen im Fleisch, sündigen wir zumindest ein bisschen, garantiert. Und deswegen, Gott sei Dank, ist unsere Errettung von Gottes Treue abhängig. Und die Bibel sagt auch in Jakobus Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechseln. Wir werden niemals irgendwie einen Schatten sehen, weil Gott sich dreht, in eine andere Richtung geht und sagt, jetzt verlasse ich euch, jetzt seid ihr nicht mehr gerettet, weil ihr das und das getan habt, sondern Gott ändert sich nicht. Bei ihm gibt es keinen Schatten in Folge von Wechsel. Bei Gott gibt es keinen Wechsel, keine Änderung. Und in dieser Welt, die so untreu ist, die so von Wechsel und Änderung geprägt ist, in der wir als Menschen so untreu sind, in der es so viele Ehescheidungen gibt zum Beispiel, in dieser Welt gibt es Gott sei Dank eben den Herrn, der treu bleibt, der uns nicht verlässt. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, dann bleibt Gott dir treu. Das ist, was er versprochen hat. Ja, und die Bibel sagt auch in Malayachi Kapitel 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Wenn Gott sich verändern würde, untreu werden würde, dann würden wir zugrunde gehen. Dann würden wir wirklich unsere Rettung verlieren. Denn unsere Rettung ist von Jesus Christus abhängig. Er hat es uns versprochen. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Die Bibel sagt auch, dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind. Das ist etwas, was Gott gesagt hat, was Gott entschieden hat. Und er steht zu seinen Entscheidungen, im Gegensatz zu uns. Die Bibel sagt auch in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13, glauben wir nicht, so bleibt er treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Auch wenn wir rein theoretisch nicht mehr glauben würden, Gott würde trotzdem treu bleiben. Warum? Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn du einmal gerettet, immer gerettet ablehnst, dann bist du ganz einfach nicht gerettet. Denn damit machst du deine Errettung von deiner Treue abhängig und du wirst aber nicht treu bleiben. Die Bibel ist eindeutig, dass unsere Rettung nichts mit unseren Werken zu tun hat, nichts mit unserer Treue. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Du kannst Gott untreu sein. Du könntest tatsächlich sündigen, wie du willst in diesem Leben. Aber wenn du an Jesus einmal geglaubt hast, dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast, dann hast du ewiges Leben. Wir werden natürlich niemals in der Realität unseren Glauben verlieren. Das wird niemals geschehen. Jemand, der behauptet, Christ gewesen zu sein und auf einmal ein Atheist ist, der war ganz einfach nie gerettet. Der hat garantiert irgendeine Irrlehre geglaubt. Deswegen glaubt er nicht mehr, in Anführungszeichen. Er hat nie wirklich geglaubt im biblischen Sinne. Er hat nie zu 100% auf Jesus vertraut. Denn wenn wir einmal an Jesus geglaubt haben, dann haben wir den Heiligen Geist. Wir sind versiegelt mit dem Geist auf den Tag der Erlösung, sagt die Bibel. Gott hat uns versiegelt. Gott stellt eben wieder sicher, dass wir gerettet bleiben. Es hängt von Gottes Treue ab. Er hat das zugesagt. Und weil wir den Heiligen Geist haben als Christen, werden wir niemals aufhören zu glauben. Aber einfach nur angenommen, das würde passieren, dann würde Gott trotzdem treu bleiben. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn du einmal gerettet, immer gerettet ablehnst, dann beschuldigst du Gott, wie schon gesagt, untreu zu sein, dass er sich selbst verleugnet. Aber er kann sich selbst nicht verleugnen. Denn wer hat sich wirklich verschworen? Wer hat sich wirklich eingesetzt für deine Errettung? Das bist nicht du. Du hast nicht irgendwas gegeben, um gerettet zu werden. Wenn du das glaubst, dass du irgendwas gegeben hast, um gerettet zu werden, dann bist du nicht gerettet. Denn das ewige Leben ist ein Geschenk, sagt die Bibel, das Geschenk Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn du glaubst, irgendwas gegeben zu haben, irgendwie dein Leben Jesus gegeben zu haben, dich Jesus geopfert zu haben, Jesus nachzufolgen, um gerettet zu werden, dann bist du nicht gerettet. Dann vertraust du auf dich selbst. Das ist kein Geschenk, das ist nicht Errettung, laut der Bibel. Aber wenn du eben einmal gerettet, immer gerettet ablehnst, du beschuldigst Gott, untreu zu sein. Denn Jesus hat sich verschworen für deine Errettung. Er hat sein Blut für dich gegeben. Jesus hat gesagt, beim letzten Mal mit seinen Jüngern, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus hat sein Blut vergossen für dich, nicht du für dich, sondern Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Er hat einen Bund geschlossen, aber du bist mit nichts in diesen Bund eingetreten. Du hast nichts für diesen Bund gegeben, sondern allein Jesus Christus hat etwas für diesen Bund gegeben, und zwar sein eigenes Blut. Jesus sagt, dass Gott treu bleibt. Im Gegensatz zu dem Pseudogott des Islam, zu diesem Teufel, der im Koran beschrieben wird als der größte Listenschmied. Ein Moslem weiß niemals, ob er in den Himmel kommt, weil er eben nicht an Gott glaubt, sondern an diesen Dämon, der im Koran beschrieben wird. Genauso all die anderen falschen Götter. Denn alle anderen Götter sind natürlich keine Götter, es sind Götzen. Aber all die anderen Götter, die einfach als Götter bezeichnet werden, die haben Menschen gemacht in ihrer eigenen Fantasie, nach ihren eigenen Vorstellungen. Und deshalb tragen diese falschen Götter menschliche Eigenschaften, dass sie eben schnell wütend werden, dass sie untreu sind, dass sie lügen. Aber das ist nicht der Herr, das ist nicht der wahre Gott, das ist nicht der Gott der Bibel, sondern der Herr ist treu. Bei ihm gibt es keinen Schatten in Folge von Wechsel. Und das ist der Grund, warum wir nicht zugrunde gehen. Gott sei Dank ist Gott treu, Gott sei Dank haben wir ewiges Leben, das wir niemals verlieren können, weil Jesus Christus treu ist, weil er zu uns steht, weil er sich verschworen hat, weil er sein Blut gegeben hat. Und ich habe auf YouTube diesen Kommentar gesehen unter einem meiner Videos. Du hast einen freien Willen. Wer will eine Braut, die gezwungen wird, zu heiraten? Und manche Kommentare sind so wirr, da frag ich mich, was soll das? Aber was die Person, glaube ich, damit sagen will, ist, denn sie glaubt offensichtlich nicht an einmal gerettet, immer gerettet, offensichtlich nicht an das richtige Evangelium. Was die Person, glaube ich, damit sagen will, ist, dass jemand, der einmal gerettet, immer gerettet glaubt, was wir eben glauben, das richtige Evangelium, dass der sozusagen gezwungen wird, in den Himmel zu kommen. Ja, denn sie schreibt, wer will eine Braut, die gezwungen wird, zu heiraten? Aber das ist so unglaublich, dieser Kommentar, das zeigt ganz einfach, wie viele Leute es nicht verstanden haben, was die Konsequenz davon ist, wenn wir nicht an Jesus Christus glauben, dass wir in die Hölle kommen. Diese Person hat nicht verstanden, wie die Hölle ist, was die Hölle ist, wie furchtbar die Hölle ist. Denn niemand, der jetzt in der Hölle ist, will in der Hölle bleiben. Jeder will natürlich in den Himmel kommen. Der Grund, warum manche Leute nicht gerettet werden, ist, weil sie zu stolz sind, weil sie nicht verstehen, was die Hölle ist, dass die Hölle auf sie zukommt, weil sie bitter werden gegen Gott, natürlich ohne Grund. Es gibt keinen guten Grund, gegen Gott bitter zu werden. Das sind so Gründe. Natürlich muss man niemanden, der wirklich verstanden hat, dass er die Hölle verdient hat und der nicht zu stolz ist, um gerettet zu werden. Niemanden muss man dazu zwingen, in den Himmel zu kommen. Das ist natürlich unsere freie Entscheidung, unser freier Wille, Jesus Christus anzunehmen, an ihn zu glauben, das Geschenk des ewigen Lebens anzunehmen. Aber ja, dann haben wir ewiges Leben, das wir niemals verlieren können. Und was ist das für ein Schwachsinn? Welcher Christ würde freiwillig zur Hölle gehen? Das wäre doch hier die Schlussfolgerung daraus. Wer will eine Braut, die gezwungen wird zu heiraten? Okay, andersherum, gibt es jemanden, der sich als Christ bezeichnet, der in die Hölle gehen will? Was ist das für ein Schwachsinn? Aber Leute lehnen einfach ohne Bibelferse die Wahrheit ab. Und das ist natürlich eine Person, die auch wieder Gott beschuldigt, untreu zu sein. Indirekt. Nicht direkt, das ist nicht, was sie schreibt, aber indirekt wäre das die Schlussfolgerung. Das ist einfach nur ein Kommentar, den ich nennen wollte, weil der einfach so unfassbar war. Aber ich möchte euch ein Vers zeigen in Römer Kapitel 8, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott sei Dank haben wir Jesus Christus. Gott sei Dank haben wir einen Gott, der uns liebt und der nicht aufhören wird, uns als Christen zu lieben. Hier ist die schlechte Nachricht für diejenigen, die nicht gerettet sind, für dich, falls du noch nicht an Jesus Christus glaubst. Gott kann eines Tages aufhören, dich zu lieben, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst. Und er wird spätestens aufhören, dich zu lieben, wenn er dich in der Hölle bestraft, wenn du stirbst und zur Hölle fährst, weil du nicht an Jesus geglaubt hast. Er hat für deine Sünden bezahlt, aber du musst an ihn glauben, um das Geschenk anzunehmen. Du musst auf ihn vertrauen, nicht auf dich. Wenn du auf dich vertraust, dass du irgendwie gut genug bist, in den Himmel zu kommen, wirst du nicht in den Himmel kommen. Weil du nicht gut genug bist, niemand ist gut genug. Wir haben alle schon mal mindestens gelogen. Gott ist ein gerechter Gott, er wird Sünde nicht ungestraft lassen, sondern jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, wird in der Hölle bestraft, bis in alle Ewigkeit. Aber Gott sei Dank haben wir Jesus Christus, Gott sei Dank haben wir einen Gott, der uns liebt und der niemals aufhören wird, uns zu lieben. Gott wird niemals uns verlassen. Wir werden untreu in unserem alltäglichen Leben. Das kann passieren, aber Gott bleibt treu. Und deswegen gehen wir niemals verloren. Deswegen können wir unsere Rettung niemals verlieren. Und du sagst, okay, das habe ich verstanden, Anselm. Ich glaube das. Einmal gerettet, immer gerettet. Das ist eindeutig. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Wir können es nicht verlieren. Ansonsten wäre es gar kein Geschenk, wenn es von uns abhängt, dass wir irgendwas bezahlen, dass wir irgendwas tun. Das ist nicht die Definition als Geschenk. Das wäre Belohnung. Okay, ich habe das verstanden, Anselm. Aber was ist, wenn ich mich als Christ von Gott verlassen fühle? Ich weiß zwar, ich bin gerettet. Ja, ich glaube einmal gerettet, immer gerettet. Aber was ist, wenn ich mich von Gott verlassen fühle, wenn sich das so anfühlt? Nun, das Gute ist, dass deine Rettung nicht abhängt von deinen Gefühlen, sondern abhängt von deinem Glauben, von deinem Vertrauen auf Jesus Christus. Also, wenn ich dir die Frage stelle, warum glaubst du, kommst du in den Himmel, dann solltest du das, auch wenn du dich nicht danach fühlst, richtig beantworten können, wenn du das richtige Evangelium glaubst. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 8, Vers 15, Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also, wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind durch den Heiligen Geist. Der Geist bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, Abba, Vater. Also, ja, wir haben Heilsgewissheit durch den Heiligen Geist, aber hier ist das Ding. Dieser Vers steht im Zusammenhang mit Versen, in denen es darum geht, im Geist zu wandeln, in denen es darum geht, wie wir unser Leben als Christ führen, dass wir eben nicht im Fleisch wandeln, sondern im Geist wandeln. Und wenn wir nicht im Geist wandeln, haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Warum sich jemand von Gott verlassen fühlt, auch wenn er gerettet ist, das liegt dann einfach daran, dass er nicht im Geist wandelt und keine Gemeinschaft mit Gott hat, keine gute Beziehung sozusagen hat mit Gott. Also, wir müssen eben im Geist wandeln und wenn wir im Geist wandeln, dann haben wir eben Gemeinschaft mit Gott. Dann kommen solche Gefühle nicht auf, wie dass wir uns von Gott verlassen fühlen oder dass wir Zweifel haben. Sowas würde dann nicht aufkommen, wenn wir wirklich im Geist wandeln. Aber das hat was mit dem Wandel im Geist zu tun, nicht einfach mit Errettung allein. Beispiel wäre Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist natürlich im Himmel. Er war gerettet, logischerweise. Jesus Christus sagt nicht ohne Grund, dass unter denen, die von Frauen geboren sind, kein größerer aufgetreten ist als Johannes der Täufer. Jesus hätte das nicht gesagt über jemanden, der gar nicht gerettet war. Natürlich war Johannes der Täufer gerettet. Er ist der Elia im Neuen Testament. Er war der Größte, der unter Frauen geboren ist. Aber dieser Mann, der hatte Zweifel tatsächlich, ob Jesus wirklich der Christus ist. Das ist eigentlich unfassbar, oder? Aber Zweifel kommen eben dann auf, wenn wir Tiefpunkte haben in unserem Leben, wenn wir nicht im Geist wandeln, wenn wir im Fleisch wandeln, wenn wir in dieser Welt leben, wenn wir zurückfallen, dann werden wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Dann ist es viel wahrscheinlicher, dass Zweifel aufkommen. Ändert natürlich nichts daran, dass wir gerettet sind. Hätte ich Johannes den Täufer gefragt in diesem Moment, was er glaubt, was er tun muss, um in den Höhlen zu kommen, dann hätte er mir die richtige Antwort gegeben. Weil er natürlich den Heiligen Geist hat und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Gott wird uns niemals verlassen. Gott bleibt treu. Jesus Christus wird nicht untreu. Und deswegen stand auch Jesus Christus weiterhin zu ihm. Also was musst du tun, wenn du dich von Gott verlassen fühlst als Christ, als wiedergeborrener Christ? Dann musst du im Geist wandeln. Dann musst du eben das tun, wonach du dich in dem Moment vielleicht gerade gar nicht fühlst. Das heißt, du musst einfach Bibel lesen. Und du sagst, okay, ich habe ein Kapitel Bibel gelesen, aber ich fühle mich immer noch nicht. Ich fühle mich immer noch von Gott verlassen. Ich habe immer noch Zweifel. Okay, dann lies zwei Kapitel. Aber ich habe schon zwei Kapitel gelesen. Dann lies drei Kapitel. Ich habe schon drei Kapitel gelesen. Dann lies vier Kapitel. Lies einfach so lange, bis du im Geist bist. Bis du dich genug abgelenkt hast von den Dingen dieser Welt, von den Sorgen dieser Welt, von den Lüsten dieser Welt, bis du dich genug abgelenkt hast und im Geist bist. Früher oder später wirst du im Geist sein, denn Gott ist treu. Jesus Christus will, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Er will, dass du sein Wort liest. Ja, die Bibel ist voll davon, dass wir über Gottes Wort nachsinnen, Tag und Nacht. Gott will das. Also du wirst schon irgendwann im Geist sein. Du musst dann halt einfach weiterlesen, dich weiter ablenken von den Dingen dieser Welt. Das ist echt das Beste, was ich dir raten kann. Du musst im Geist wandeln. Und deswegen habe ich Römer Kapitel 8, Vers 15 zitiert, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird uns niemals verlassen, aber wenn wir nicht im Geist wandeln, dann kann das dazu führen, dass wir Zweifel haben werden, dass wir uns von Gott verlassen fühlen. Logisch, wenn wir keine Gemeinschaft mit Gott haben, dann fühlt sich das natürlich auch so an. Aber das ändert nichts daran, dass wir ewiges Leben haben, dass wir immer noch Gottes Kinder sind. Hier ist das Ding. Gott wird niemals seine Kinder ins Feuer werfen. Gott wird niemals seine Kinder in die Hölle werfen, richtig? Er wird Ungläubige, die eben nicht seine Kinder sind, in die Hölle werfen. Das ist die traurige Wahrheit. Aber du als Christ, du wirst nicht verloren gehen. Du hast ewiges Leben. Jesus Christus, bleib dir treu. Nichts kann uns lieben, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Und Vers 39, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott sei Dank haben wir einen treuen Gott, der sich niemals von uns trennt. Wir werden untreu. Das steckt leider an uns drin als Menschen, aber Gott bleibt treu. Und die Bibel sagt in Jakobus Kapitel 5, Vers 13, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Hier haben wir eine ganz praktische Anweisung, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Gerade in dem Moment, in dem du dich vielleicht nicht danach fühlst, musst du zu Gott beten, musst du wieder anfangen, Geist zu wandeln, zu beten und nicht im Fleisch zu wandeln. Und dadurch wirst du wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Also, Jesus Christus bleibt derselbe. Er erinnert sich niemals. Wir haben einen treuen Gott. Er wird uns niemals verlassen. Deswegen haben wir ewiges Leben. Es ist ewig. Wir können es niemals verlieren, weil Jesus Christus treu ist. Er hat einen Bund geschlossen in seinem Blut. Wir haben nichts dafür gegeben. Er hat sein Blut gegeben. Und auch wenn wir uns von Gott verlassen fühlen vielleicht, dann hat das nichts mit Gott zu tun. Dann hat das was mit uns zu tun, dass wir im Fleisch wandeln. Und dann musst du ihn im Geist wandeln. Römer Kapitel 8 lesen und realisieren, dass Jesus Christus dich liebt und dass nichts dich von Gottes Liebe scheiden kann. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen. Bis morgen. H。 nell H。 H。 H。